Szena 8, Teg 4, Kamera, läuft, und bitte. Die Glocke, Leute, super. So, deswegen, wenn du hier reinkommst, da ist es eh. Hier passt es. Dann ziehen wir weg. Check, check, check. Ey, Leute, ich bin's. Ich habe die erste Hälfte heute mal gar nicht mitgekriegt. Ich fand es sehr schön zu sehen, wie das heute in der Küche klappt hat mit Geo. So haben wir alles heute geschafft. Ich fand es zum Schluss relativ anstrengend, außer von der Konzentration und alles. Aber wie man so sieht, wird man schon auf die Beine gestellt. Also, ich fand den Tag heute auch ganz toll. Er war mir gar nicht anstrengend. Manche Sachen haben länger gedauert, als es eigentlich sollte. Es hat uns auch viele Nerven gekostet, aber allgemein haben wir viel geschafft und er war auch toll. Und Bälle! Ist doch mal einer. Ja, also für einen kurzen Moment konnte ich mich vorhin schon gar nicht mehr an gestern erinnern. So langsam fangen die Tage an zu verschwimmen. Zum Glück liegt alles in irgendeinem Ordner, sodass ich weiß, wann was passiert ist. So langsam fangen die Tage an zu verschwimmen, denn es gibt auch noch keine Geo. So langsam fangen die Tage an zu verschwimmen. So langsam fangen die Tage an. So langsam fangen die Tage an. So langsam fangen die Tage an, wie sie etwa einzigartigatet. Vielen Dank.